Corona-Pandemie, soziale Verwerfung, Super-Wahljahr. 2021 stehen wir vor politischen Wendepunkten. Dieses Jahr wird entschieden, in was für einer Gesellschaft wir leben werden. Wir haben daher neue Bündnisse geschmiedet. Als unterhalber Sachsen-Anhalt, unterhalber Mecklenburg-Vorpommern und solidarisches Thüringen machen wir den solidarischen Osten sichtbar. Unüberherbar setzen wir uns für Solidarität in der Krise ein. Mit unserer Auftaktveranstaltung in Magdeburg stehen wir für einen gesellschaftlichen Aufbruch. Hier im Osten entscheidet sich, in welche Richtung sich diese Gesellschaft entwickelt. Wird die extreme Rechte vermehrt das Regierungshandeln beeinflussen? Zusammen und unteilbar stellen wir uns dem entgegen. Wir stehen für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Vielfalt. Macht mit, denn nur gemeinsam schaffen wir es. Wir wollen eine solidarische Politik, die verhindert, dass in der Krise wenige immer reicher werden und viele immer ärmer. Wir stellen uns gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus. An vielen Orten machen wir klar, an der solidarischen Gesellschaft gibt es kein Vorbeikommen. Auch im Vorfeld der Bundestagswahl gehen wir in Berlin auf die Straße. Für eine lebenswerte Zukunft für alle. Unterstütze uns jetzt mit einer Spende, damit wir wieder unteilbaren Protest auf die Straße bringen können. Ob in Magdeburg, Halle, Erfurt, Rostock oder Berlin. Zusammen sind wir unteilbar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020